Also du sagst, wir gehen nicht mehr mit... Oh mein Gott, was ist los? Oh Gott. Okay, wir sind neben Mangrohr und Kunga. Wer ist bei dir auf der Seite? Ja, entschuldige, keine Ahnung. Und Freiraumreeh. Okay, okay. Was machen wir? Wir rennen nach hinten, oder? Zu den Bäumen. Wir gehen über den Fluss dort. Was für ein Fluss? Was für ein Fluss? Dort hinten ist Fluss. Oh, what the fuck. Gut gespottet. Aber erst mal zu den Bäumen, oder? Nee, lass Zuckerrohr mitgehen. Ja, Zuckerrohr. Und dort hinten, hinter den Zuckerrohren, gehen wir dort zum Baum. Was muss ich machen, Sorry? Ich hab nicht zugehört. Du baust Dirt ab, rennst dann zu dem ersten Zuckerrohr dort, schwimmst dann rüber zu dem anderen Zuckerrohr. Ja. Und dort hinten machst du dir eine Werkbank. Das Zuckerrohr auf der rechten Seite? Ah, nee. So, wir schwimmen direkt rüber zu dem anderen Zuckerrohr. Ja, genau. Bei dem Baum da hinten machst du eine Werkbank. Ich mach da extra. Ich hab gerade Flashback. Ich auch. Ich hab mich komplett voll gepisst. Okay, Dirt abbauen, das weißt du, wie das geht, ne? Genau. Schade, Digga. Ich will nicht sterben. Oh, Mama, bitte. Mutter, dein Sohn, hat's nie leicht gehabt. Okay, kommen Sie mit. Ich bin da. Bist du hinter mir? Ja. Habt du einen Zuckerrohr? Nimm du rechts, nicht links. Guarded, du hast alles bekommen, ne? Okay, ja, ich hab 13. Sehr gut. So, und jetzt kannst du hier einen Baum abbauen. Willst du nicht erst weiter? Nee, ja, aber gut. Du spektalst um uns herum, oder? Ja, kannst du eine Werkbank machen? Ja, kann ich machen. Schau, die Crafted war nochmal. Oh nein, ich hab alles vergessen. Schwerter, komm. Nee, kann ich Schwerter. Warum? Äxte? Ja, ich hab eine, ich hab eine für dich hier. Ich hab eine. Alles gut, chillig. Ich hab zwei. Okay, okay, lass weiter. Jetzt einfach weg erstmal. Essen, oder? Auch so Hühner. Ja, ja. Lass mal das da links rüber. Da ist eine Plane Fläche, siehst du das? Da vorne sind Spieler. Die können wir eigentlich Action schon holen, oder? Ja, sieht nicht aus, als hätten die was. Wieso bist du schneller als die? Ich weiß nicht, die sprüttelt halt nicht. Okay. Ist halt saugemein, das wird halt irgendwie. Hab ich gut gemacht? Nice, danke. Ja, all good. Also die ist One-Hit. Und dort vorne sind dann Tiere für uns. Nice. Kannst du die Tiere mitnehmen, wenn du willst, wenn da keine sind. Stark, erster Kill. Okay, nice. Hast du die Tiere dort? Ich glaub, wir sind Spieler bei mir, ich hab grad Namen gesehen. Okay, komm rüber. Nimm das Zuckerrohr dort vielleicht mit, wenn du kannst. Oder nee, ich hab drauf. Wollen wir nicht mal runtergehen und uns irgendwie Steine holen? Ja, wir müssen noch ein bisschen laufen. Warum? Und Leder, Zuckerrohr, sowas brauchen wir noch. Peter, da hab ich actually jetzt schon sieben Stück. Das ist ganz geil. Das sind auf jeden Fall genügend. Rechts, guck mal da. Ja, nee, nicht hingehen. Spieler rechts von mir. Warte. Ja, der ist alleine. Wir werden mal ein bisschen abgelaufen. Bist du schon mal voll? Ich bin nicht voll, ich bin nicht voll. Ich bin gar nicht voll gegessen. Okay, komm, komm, komm. Aber der ist alleine. Alles gut. Läuft aber hinter uns, Bro. Wir müssen attacken. Nein, nein, chill. Warte. Der hindert mich gleich. Der hindert mich, Bro. Den haben wir, den haben wir. Wurst du mich? Alles gut. Ich bin vor dir. Oder doch nicht? Nice. Stark gespielt. Sehr gut, okay. Du hast hier in die Höhle. Guck mal hier, Höhle. Bro, bro, bro. Lass hier runtergehen. Ja, können wir machen. Und bei Creepern oder Skeletten einfach durchblocken, so. Und warten, bis ich da bin. Ich würde ja auch erstmal so Eisenrüstung fertig machen, damit wir da erstmal safe sind. Dias gefunden. Nice. Ich mache eine Eisen-Pickaxe und farme sie, ja? Was ist, wenn wir... Ah, wir müssen halt gucken, Digga, dass die Border uns halt nicht gleich gefft, ne? Ich weiß nicht, ob es so eine Anzeige irgendwie gibt. Achso, hier oben steht ja 350 Blöcke von der Border. Vier Dias gefunden, Bro. Soll ich direkt eine Dias-Pickaxe machen für Obsidian, für Enchantment? Warte, wie viele Dias hast du? Vier. Ja, wir brauchen halt noch einen. Okay, komm mal, schau mal, du strip-minesst so auf Höhe 11 jetzt einmal so in diese Richtung weiter. Also Creeper-O-Man anmachen, das ist eine tolle Idee. Am besten jetzt ein bisschen lauter Musik hören. Da hast du chillig Dias gefunden, let's go. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Chillig, Digga, ich hab zehn Dias on me. Ich komm zurück, ja? Lass erstmal Enchantment machen und dann Enchantment machen. Ja, Enchantment habe ich, willst du haben? Hier, nimm. Jo. Ja, wir Enchantment noch schnell und dann strip-mineen wir einfach so Richtung 00 für noch mehr Dias. Und wir sind... Also wir bauen schneller als die Border hinter uns ist auf Naja. Wir haben jetzt 1,5 Stacks Pfeile, was ganz gut ist. Wir können auch Schwerter Enchantment. Oder wie viele Dias hast du noch? Ich hab auch zwei. Okay, ich auch. Willst du Dias-Schwerter... Soll ich auch noch machen? Ja, wir können zwei Dias-Schwerter machen, Jockt. Ist okay, wenn wir eh strip-minen, dann... Okay, dann machst du dir hier noch einen Bogen mit Power und dann hast du Power 2. Okay, dann mach ich hier ein Scharpness-Buch. Was bekommst du auf das Schwert hier? Scharpness 1, willst du haben? Ja, nice. Und dann machen wir hier... Brauch ich noch ein Level. Du kannst schon mal die Ölfen abbauen, dann können wir jetzt weiter strip-minen. Also nach 00. Achso, nee, du strangles auch. Wie viele Dias hast du? Vier. Okay, nice. Brauch ich auch Dias. Let's go. Bro, ich hab ein kleines Problem. Ich hab 8 Dias, ich mach mal ne Chest und enchante die mal. Ich nehme an, wissen wir alle. Oh, nochmal Dias, Bro. Oh, big, 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 big. Acht Stück. Nice. Du kannst dir... Mach dir mal ne Hose. Ne Hose? Hose und Schuhe. Ich hab aber 12, ne? Ja, Hose und Schuhe. Hose und Schuhe. Kein Helm, sagst du? Nee, Helm nicht. Oh, hier nochmal Dias. Ja. Ähm, wie viele Dings hast du noch? Soll ich Feather Falling drauf machen, Bro? Näh, näh, wenn's geht. Also, wenn du ein Level verbrauchen musst, für Shot 1 nimm das immer. Okay. Bro? Ja, was los? Hier ist ein anderes Stripmine. Das ist schlecht. Lass einfach weiter. Ich hab halt 5 Dias oder 2 und ich hab ne Hose, was ziemlich nice wäre. Hier fehlen noch 2 Stück. Hier suche ich dir, mein Bruder. Hier vorne sind sie nämlich. Guck mal hier. Ey, hier vorne ist ein Dungeon, Bro. Ja, mach du die Dias. Ist nur ein Dias gewesen, Dul. Das ist kein Dungeon. Hier war jemand. Hattest du noch Dias? Yes, Bro. Guck mal hier. Oh, Digger. Oh, big, Baba, Chunk. Nice. Ja, Digger, ich hab jetzt neun Stück noch, ne? Ich kann mir ne Brustplatte machen. Dann machst du dir die und ich mach mir Schuhe. Hier ist noch ein Dias für dich. Den geb ich dir. Komm, den schenke ich dir. Der ist gerade, es geht aus Haus. Na klar. Was soll ich mir machen? Protection oder Project Child Protection? Projector kostet nämlich 1, Protection kostet nämlich 2. Nee, macht dir, ähm, ja, wir haben E-Level. Macht dir Prott. Normales Prott? Ja. Oh, hier oben ist ein Gegner. Komm mal her. Wie steht einer? Wer ist das? Ich seh's nicht. Hier, guck mal. Vor uns, vor uns. Ja, direkt hier oben, direkt hier oben. Warte, Kunga, JB. Okay, okay. Wollen wir die fighten? Könnte man. Wo sind die denn, Digger? Gerade zu uns. Keine Ahnung, 10 Blöck oder so. Ach da, jetzt seh's sie. Ja, ja, ja. Okay, okay. Lass mal nach oben, damit wir so Vision von oben haben. Okay? Warte, und? Wo sind wir denn? Hier, ist einer für Aaron. Pass auf mit Lava. Mach das weg. Genau. Instant bewastet die Arme. Sollen wir rein? Pass auf mit Lava immer. Warte, ich. Lassen wir es aber reinfließen. Wir haben sehr viel Lava. Bro, mach nicht alleine, mach nicht alleine. Ja, alles gut. Bro. Ja, du kannst. Wir verhalten mich. Wir haben Tränke drin, ne? Geil, Opfer. Zieh mich kurz zurück. Viel zurück, wenn du low bist. Ja, alles gut. Nice, ich hab' einen. Nice. 2, wäre der geil. Sehr gut. Boah, das war krampf auf jeden Fall. Wir können halt actually deren Deer-Rüstung verzaubern. Die Diamond-Chessblade noch unsere noch eines drauf machen. Ich hab' noch eine Chessblade von denen bekommen. Und ich hab' noch ein Deer-Schwert von denen bekommen, ne? Und eine Deer-Axt. Ja, same, same. Gib mal dein Schwert. Oh, wir haben beides Deck Brot. Holy shit, Digga, das ist sehr stark. Jetzt hab' ich jetzt auf dem Schwert. Sharp 2? Ja. Geil. Border kommt halt auch, ne? Also, wir müssen jetzt noch 100 Blöcke, Digga. Also, wir müssen in die, wir müssen in, glaube in die Richtung hier. Okay, dann nimm mal die Chess schnell noch. Und Enchanti auf Prod. Und jetzt krieg' ich Prod drauf. Okay, soll ich die zusammencraften? Genau, im Ende. Okay, wir können weiter. Sollen wir nicht höher gehen, Digga? Weil ich das hier so klaustrophobisch finde, diesen Gangen, Digga. Aber die, das wären halt schon nochmal wichtig. Ja, aber Imagine, Digga. Warte, da. Da, links ist das Spieler. Ich hab' einen gesehen. Hinter uns. Wer ist das? Thank you, Romatra. Okay, okay. Alles gut. Schieß drauf. Komm' mal drauf. Ich glaub', die haben kassiert. Ich glaub', die haben kassiert. Romatra war echt schon fast tot. Die spielen halt. Also, im Gegensatz zu Kunga und JV spielen ja noch kein Minecraft so, von daher. Ich glaub', die verbieten sich, Digga. Ich glaub', die verbieten sich, actually. Ja, die haben sich hochgebrochen. Romatra muss fast dead gewesen sein, Digga. Ich glaub', ein Hit mehr, als wär's gewesen. Ich will so ungern jetzt nach oben, wenn ich nicht voll die... Ja, lass' weiter, lass' weiter. Komm', dann gehen wir weiter, komm'. Dann geht hier Overworld. Gar nicht. Veto hat über die Angst davor. Der ist ein richtiger Loser geworden, tatsächlich. Ja, I mean, wir können auch oben, wenn du willst. Da oben ist einer. Siehst du den Namen? Nö, du. Oh mein Gott. Über uns ist einer gestorben. Da, Fabo und Chef Strudel. Die sind halt jetzt gerade, maybe, geweaked, oder? Naja, glaub' ich nicht. Oh, guck mal, Digga, was hier abgeht. Hol' dich. Geh, wir müssen weiter hoch. Wenn wir oben sind, bau dich dann straight up hoch. Hä, was ist denn das hier? Du bist hinter mir? Ja. Geh, komm' hoch. Geh, lass' hoch. Oh, weißt du, ob das nicht runtergeschossen ist? Immer so dranbleiben. Bin runtergeschossen worden. Bin komplett down. Bauch, bauch noch. Bauch. Fabo versucht, mich zu schnipen. Er schafft's actually nicht, weil er bad ist. Wir sind erstmal safe, ja. Ich könnte halt jetzt noch meine Dings verzaubern, meine Hände, ne? Ja, mach hier. Na, die kommen hoch, Bro. Nee, die sind einfach nur da. Wenn's ist, schießen wir sie halt runter, so. Border kommt hinter uns, Digga, die pusht uns. Ja, komm mal runter, wenn du kannst. Komm's runter. Fallschaden des Todes bekomme ich, Idiot. Komm runter, komm runter. Du musst kommen. Nice. Ja, lass die Fighten, lass die Fightenball wieder hoch. Keine Ahnung. Bro, ich bin fast down, ne? Pass auf, ich bin. Oh mein Gott, Digga. Okay, Fabo kommt. Wie sieht's bei dir lebensmäßig aus? Wir können jetzt auf Fabo, wenn du isst. Warte, 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 warte mal. Ich hab Fallschaden des Gaffes Todes eben bekommen, Bro. Okay, jetzt müssen wir rein, komm. Immer Bau, immer Bau. Check, Trouble gated. Warte auf Fabo, wenn du kannst. Immer voll hier. Bro, ich kassier halt den Mob-Damage des Todes, ne? Fabo, einmal gated. Digga. Kommst zusammen, wieder? Hilfe, ich brauch Hilfe gegen Fabo. Nein, ich bin raus. F***, Digga. Ah, Mann, Digga. Die sch*** Mobs, Alter. Was denn das jetzt? Was denn? Jeff Sturl? Celtics. Was? Er hat sich eingekämmt, auf eklig. Ey, Digga, der Sch*** Zombie, Junge. Wie kann man denn... Ey, Junge, wie kann man denn so viel Badluck haben? Holy... Wie steht's bei dir? Bist du noch am Leben? Ja, passt. Ich muss halt jetzt irgendwie eine Zeit, ich so ein bisschen... Digga, diese Mobs, ne? Es ist so toll. Ich hab von den Mobs mehr, äh, mehr Dings... Mehr Schaden bekommen, als vom Fabo. Digga, diese Drecks-Mobs... Ist der LX dead, oder was? Ja, ich bin der Letzte. Digga, imagine, du machst so ein Play-Zündes-Creeper an mit Feuerzeug. F***, Digga. Nein! Oh, schade. Ey, Junge, what the f***. Ey, das mit den Mobs, das war halt super stupid. Das hätte man sich halt wirklich... Also, Digga, das war nicht gut gelöst, muss ich ehrlich sagen. Ja, war fein, egal. Ey, aber zweiter still nice, so. Jo, ist fein. Okay, Bro, pass auf, dann... Dann machen wir noch eine Abmahn, oder? Dann machen wir noch eine Abmahn. Wiederschauen, reingehauen. Ja, lass den Lack da. Ciao. Wir hören uns, bis zum nächsten Mal, mein Gutes da. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.